Hallo zusammen, mein Name ist Debiton Spielen, Kerbel Space Program, vergesst sie zu bewerten, viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, ich habe das Ganze mal gespielt und zwar so um die 8 Stunden, allerdings so vor 2 Jahren, also ich weiß absolut nichts mehr. Und ich würde mal sagen, also da sind schon unzählige Updates reingekommen, das ist auch mega kompliziert, wenn man damit extrem spielt. Aber ich würde mal sagen, wir starten das Spiel einfach mal. Also ich habe es jetzt neu gestartet. Oh, ich habe noch eine Abspeicherung. Ne, habe ich nicht. Wollte schon sagen, das ist ja schon super lange her. Okay, sollen wir was Neues starten oder sollen wir ein Training machen? Ich würde einfach mal sagen, wir starten neu und gucken mal, was wir vom letzten Mal noch behalten haben. Und ansonsten, wenn das absolut in die Hose geht, machen wir dann nächstes Mal Tutorials. Mein erstes Spiel nach langem. Okay, Flagge. Oh, ich kann eine Flagge auswählen. Strukt Co. Okay, ab geht's. Start. Nice to meet you. Thanks, I've got it. Okay. Sieht jetzt auf den ersten Blick total scheiße aus, muss ich zugeben. Aber das ist echt total krass, das Spiel. Und vor allen Dingen, da kann man so super heftige Manöver machen, die so super krass sind. Und man hat auch Geld. Boah, habe ich das lange nicht mehr gespielt? Okay, warte mal, wir gehen jetzt erstmal... Ich weiß ja nichts mehr, das ist ja Wahnsinn. Wir gehen zum Launchpad. Ich habe nichts zum Launchpad. Ich muss das bauen. Flagpole. Oh, ich habe meine ganzen Astronauten. Ich hatte vorher so viele Astronauten. Die waren irgendwo im Weltraum. Und sind einfach da vor sich hin vegetiert. Komm, wir gehen in den Hangar. I've got it. Ja, hier kann ich bauen. Ja, okay, darauf habe ich gewartet. Guck mal, da sind überall meine Körbels. Sind das Körbels? Mehrzahl von Körbel. Engines. Okay, fangen wir mal an mit der Pole. Nice. Wir bauen jetzt mal irgendwas. Keine Ahnung, was da rauskommt. Fuel Tanks haben wir nicht. Engines haben wir. Was haben wir denn noch? Wir haben nur eine Engine und eine Spitze. Ah, ne, warte, wir haben Flügel. Okay, warte, wir machen jetzt eine Engine. Engine Fuel Booster. Komm, mach's dran. Also, zack. Und noch einen Flügel auf die andere Seite. Das wird so kacke, glaube ich. Ah, ne, Parachute. Hier ist der Fallschirm drin. Den machen wir mal oben drauf. Dann haben wir zumindest einen Fallschirm. Und wir launchen. Kann nur gut werden. Hä, mir fehlen irgendwie Räder. Kann das sein? Oh, Mann. Guck mal, er macht sich bereit hier unten in der Ecke. Gleich geht's los. Jawoll. Der kommt aber weit. Warte mal. Hä? Kann ich den nicht? Hallo? Warte, ich wollte eigentlich dranbleiben. Wie kann ich die Kamera denn fixieren? Hä? Hallo? Ah, da hinten. Erde an Körbel 1. Wo bist du hin? Mist. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Wo ist der denn jetzt? Ich glaube, wir müssen ein echter Tutorial starten. Ich weiß absolut nichts mehr. Ich hatte vorher mal Raketen. Damit habe ich es zumindest in den Orbit zurück geschafft. Mit der Kraftstoffmenge, die ich drin hatte. Habe dann den Fallschirm ausgeklappt und bin gemütlich gelandet. Jetzt ist mein Typ irgendwo da hinten. Da. Okay, wir machen mal das Training. Und zwar dieses mit Basic Construction. Das hört sich gut an. So. Oh, ja, genau. Das kenne ich. Da habe ich früher eine Rakete gebaut, die es irgendwann mal geschafft hat in den Orbit. Okay, warte. Was sollen wir jetzt bauen? Im Podstep. Okay, haben wir gemacht. So, Kamera, Zoom-Kamera, Move und blablabla. Den Parachute brauchen wir da oben drauf. So weit waren wir gerade auch schon. Next. Right Click on the Parachute. Oh mein Gott, man kann alles mögliche da einstellen, ne? Das ist der Wahnsinn. 1000 Meter und Mini-Druck bei 0,2. Next. Dann Engines. Oh, das ist jetzt ein bisschen größer, ne? Oh Mann. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Sieht aus wie eine Rakete auf jeden Fall. So, ich soll jetzt das Kleine da dran machen. Warum nicht das Große? Das ist doch viel cooler aus. Ah, guck mal. Ah, genau. Jetzt kann man hier sogar einstellen, in welcher Reihenfolge die Dinge abgeschossen werden. Also, welche sich zuerst trennen. Die Rakete geht ja so auseinander und so ein Kram. Ah, ne? When you're happy with the name, rub your hands. So, wir nehmen das Nimmersehen 1. Der Fliege... Wie fliege... Ne, warte, das ist ja Nimmersehen 2 schon. Der eine ist ja gerade schon weg. Done. Komm, wir jetzt fliegen. So, nächster Tutorial. Basic Flight. Mit unserer super Rakete, die wir gerade gebaut haben. Hit space when you're ready to launch. Okay, warte. Ach du Scheiße. Warum ist das denn so schnell? Hui! Oh, Valentina Körmann. Hier, warte. Achte mal, wie hoch wir kommen. Ich bin schon sehr hoch gekommen. 13.000 Meter. Jetzt bringen wir sie zum Kotzen. Hui! Alter! Was macht... Was ist das denn? Ich glaube, wir können ihn nicht mehr anhalten. Alter, kriegt man ja eine andere Birne. Kann ich jetzt auch stoppen? Bitte, bitte, bitte. Oh, ich kann sogar dagegen lenken. Guck mal, sie freut sich da unten. Voll gut. Ich werde sie nie mehr gerade kriegen. Oh, ich gehe auch wieder nach unten. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Warte. Kann ich das jetzt mal abwerfen hier? Komm, bitte. Wo ist der Knopf zum Abwerfen? Oh, der Fallschirm ging von alleine auf. Okay, ich soll mich jetzt zurücklehnen. Aber normalerweise hätte ich das irgendwie noch abgeschmissen. Egal, kriegen wir noch hin. So, das ist unser gelber Schirm. Muss ich noch irgendwie aufmachen? Momentan sieht der noch nicht so geil aus, wenn ich ehrlich bin. 2500 Meter und wir fallen. Valentina, es tut mir sehr leid. Oh doch, hat funktioniert. Lol. Oh, ich dachte, ich muss sie jetzt opfern. Kann die Anzeige mal hier weggehen? Bitte, bitte. Das tue ich einfach unter meine Facecam. Aus dem Auge, aus dem Sinn. So, wir landen. Ja, wir landen. Also, ich kann es auf jeden Fall schon, ne? So sieht es aus. Gene Kerman und Valentina Kerman. Sind die alle miteinander verwandt? Das ist ja echt krass. So eine Familien... So ein Weltraumfamilien... Unternehmen. Done. Ah, guck mal. So sieht die aus da drin. Ist jetzt aber nicht so viel Platz, ne? Guck, guck. Jetzt machen wir nochmal einmal fortgeschrittene Konstruktionen. Und wir schauen mal, was uns da erwartet. Okay, was soll ich tun? Oh, da ist Coupling. Da kann man jetzt die Rakete trennen. Genau, das hat gefehlt. Deswegen konnte ich das gerade auch nicht trennen. Click and open button to top right corner and load the hopper. Oh, da ist der Hopper. Alles klar. Load. Tschüss. Next. Parachute umändern auf 0,75. Ah ja, wahrscheinlich, weil ich gleich nur diese kleine Trägerkapsel hab. Also das Ding da. Und nicht mehr. Okay. Sichere Landung 1. So, heißt jetzt so. Alles klar. Next. Ah ja, stimmt. Das kann man hier oben dran machen, ne? Warte. Ah, hier bestimmt, ne? Und dann? Ah, dann soll ich das bestimmt da dran machen. Pass auf. Ah. Damit es gleich ist und das Ding nicht kippt. Geil. So, jetzt brauchen wir das Coupling. Das kommt da drunter. Deswegen. Dann können wir das gleich abkoppeln. Dann kommt jetzt der Fuel Tank da drunter. Oh, ein kleiner. Aber damit kommen wir zumindest schon mal ein bisschen weiter. Left, Alt, Klick auf den Tank. Oh, dann haben wir noch einen. Wir brauchen fünf Stück. Next. Und dann brauchen wir noch eine Engine. Ich mein, klar, irgendwo muss der Kraftstoff ja rein. Next. Okay, wir brauchen Aerodynamics. Das ist dann wahrscheinlich da. So ein Flügel. Und wir sollen einen Vierer-Punkt machen. Vier Stück. Boah, das wäre echt geil. Das ging bei mir, glaube ich, früher nicht, als ich das gespielt habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Wir machen die einfach mal hier unten dran. Oh, mein Gott. Absolute Overflow an Teile. Das gucken wir uns erstmal gar nicht an. Warte, wo sollen wir hin? Sollen wir jetzt starten? Sollen wir jetzt starten? Launch. Äh, Jebediah Kermann wird den Flug wagen. Und wir starten, äh, jetzt. Oh, yeah. Und wir können das sogar gleich abkoppeln. Also, wenn wir relativ weit oben sind. Ich weiß nicht, wann ich das abkoppeln muss. Ich hoffe, das sagt mir mein Kollege gleich. So. Oh. Da ist mein Kraftstoff, der in der Düse ist, hier unten. Da drüber ist das Abkoppelding. Kann ich drücken, dann würde ich jetzt abkoppeln. Oh. Ich bewege mal lieber nicht irgendwie die Maustaste, weil ich drifte jetzt schon ein bisschen nach links. Oh. Das ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Selbst der Wind ist cool dargestellt. Okay, 10.000 Meter haben wir. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit waren wir letztes Mal? 13.000 Meter. Und das nur mit einer ganz Mini-Rakete. Die ist wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen. Okay, wir überholen auf jeden Fall schon die Höhe. Oh, die glüht sogar. Krass. 20.000 Meter. Und wir koppeln jetzt ab. 30.000 Meter und wir lassen das Ding da einfach fallen. Auf unsere Basis. Ob das so gut ist, wenn da so ein riesiger Engine mit einem Kraftstofftank runterkommt. Aber warte mal. Normalerweise müsste da auch ein Fallschirm drin sein, oder? Also im Normalfall. Wir sind jetzt schon bei 64.000 Meter. Oh. Bin ich noch in der Erdanziehungskraft? Oder werde ich es nie mehr nach unten schaffen? Bin sehr gespannt. Also wir gehen immer noch nach oben. Aber unsere Geschwindigkeit nimmt gerade ab. Hier sieht man zum Beispiel 170 Metern pro Sekunde und sie fällt ganz extrem. Jetzt müssten wir eigentlich gleich umkehren und nach unten gehen. Oh, ich glaube, ich bin jetzt im Weltraum kurz. Oh, oh. Jetzt. Jetzt geht es mehr runter. Jetzt beschleunigen wir nach unten. Jetzt sind wir nicht mehr im Weltraum. Voll gut. Wenn die Musik so switcht. Oh Mann. 700 Meter die Sekunde. Oh. Jetzt bremse ich gerade wieder. 20.000. Okay. 10.000 Meter noch bis zum Boden. Wo sind wir überhaupt? Dahin haben wir gestartet. Sind mitten im Gebirge jetzt. Was war das denn? Äh, Fallschirm? Hallo? Ja, äh. Das war dann Jebediah. Irgendwas habe ich, glaube ich, verkehrt gemacht. Ja, an dieser Stelle würde ich fast schon sagen, ich beende den Part mal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, gebt ganz gerne mal einen Daumen hoch. Oh, Fessel ist destroyed. Auch ehrlich. Ähm, dann werde ich mal gucken, dass ich mich da so ein bisschen reinfuchst. Vielleicht auch noch die anderen Tutorials mache und dann lernen wir zusammen, wie das Spiel funktioniert. Ist auf jeden Fall sehr, ähm, anspruchsvoll, wenn ich mal sagen darf. Also ist schon sehr kompliziert, weil man da so krasse Sachen machen kann. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Hier könnt ihr jetzt mal eine Playlist angucken mit random Videos. Dann nochmal hier abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Video von in einem anderen Spiel. Oder vielleicht auch den. Haut rein. Tschüss.